Wie war es? Also das erste Viertel war ganz gut, also wir sind gut in das Spiel reingestartet, haben danach ziemlich nachgelassen. Es lagen in dem Spiel ziemlich viele Spieler auf dem Boden von beiden Mannschaften. Naja, muss nicht unbedingt sein, aber was soll's. Wir haben es geschafft, immer vorne zu bleiben. Unser Ziel wäre es gewesen, ein bisschen mehr Abstand zu haben. Aber im Großen und Ganzen war das Spiel ganz okay. Und wir müssen an ganz vielen Sachen arbeiten. Die Trefferquote war, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich habe, glaube ich, keinmal auf den Korb geworfen, aber das ist nicht schlimm. Oder einmal, einmal ist keinmal. Stimmt. Ne, da wurde ich abgeräumt von hinten. Doch, ich wurde abgeräumt von hinten. Auf jeden Fall. Ja, an der Defense, an der Offense. Überall kann man ein bisschen drauflegen und dann wird das schon. Auf jeden Fall. 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 Vielen Dank.